Ja, ich rade gerade eine Rinderfinne an. Und zwar ist ein Teil vom Hauptgang, den es heute gibt, anlässlich einer Konsumation. Wir sind hier in einem Privathaushalt. Die Kundschaft hat ein sehr schönes Feed-Anmeldung bestellt, wo es vorneweg eine Furchtweise gibt, mit gebratenem Fisch, Kirchtomaten und Bärlauchpesto. Dann haben wir eine heilindische Kuckersuppe mit gebratenem Riesengarnelen. Und zum Hauptgang gibt es eben dieses Rinderfinne, das wir dann schon gebraten, nachher im Ofen fertig gegarbt, da gibt es dann Backofengemüse dazu, Rotweitschalotten und ein vertaktes Karotte-Gratar. Und zum Dessert gibt es später in kleinen Gläschen an Gerüchte eine Mousse de Chocolat mit Tonka-Bohnen und Kinder-Quatschspeise und dann noch ein bisschen Verschlickstack außenrum, damit es schön aussieht. Und da werden wir jetzt nun mal gar ein bisschen in die Vorbereitung. Am Hinterfülle ist wichtig, dass es schön von allen Seiten gleichmäßig angebraten wird. Wie ist es so weit? Aber was man sagt, dass es nicht so weit ist,